Hallo Leute, ich wollte euch mal eine kleine Ankündigung sagen, da ich gerade gesehen habe, dass ich zwei Content-ID-Treffer habe, werde ich in den nächsten Tagen, also beziehungsweise, sagen wir bis morgen, zwei Videos gelöscht haben und dann in der nächsten Zeit, sprich innerhalb dieser Woche versuchen, hochzuladen, wieder hochzuladen, viel mehr. Auf jeden Fall, die zwei betreffenden Videos wären, Prince of Persia, The Sands of Time, der erste Part, also der Intro Part, und vom ersten Teil von Splinter Cell, der letzte Part. Das wollte ich euch nur mal gesagt haben, ich bin euer S.G., bis der Ende der Leute.